Und damit, wie gesagt, herzlich willkommen zu Wer ist es bei Sims 4? Ich erstelle euch in diesem Video eine Frau. Ja, im Schnelldurchlauf. Und ihr müsst erraten, wer könnte das sein? Ich gebe euch ein paar kleine Tipps. Sie gehört einer speziellen Gruppe an. Und sie kann und sie kommt in Film und in Comics vor. Also, die Charakterstellung werdet ihr im Schnelldurchlauf sehen, bis auf die Merkmale und so. Die werde ich jetzt noch schnell mit euch machen und dann sehen wir uns dann später. Bis zum nächsten Mal. Das war's. 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 Das war's.